Dein neues Bike. Deine Fragen. Monika aus dem Kanton der Schweiz hat heute gefragt, wann man im Frühling auf den Dörf gehen kann. Und klar, Salz ist sicher nicht so gut für den Dörf, wenn das Salz drauf ist. Aber dann muss natürlich das Salz nass sein, dass es dort in den Dörf geht. Aber ich sage jetzt mal, im Frühling, so schönes Wetter, wie wir jetzt schon in der Schweiz haben, klar, der Asphalt ist kalt, weil die Sonne nicht so fest scheint und es sich über die Nacht wieder sehr abkaltet. Aber ich sage jetzt mal, im April, Mai kann man, wenn die Temperaturen schön sind, kann man sicher auf die Strasse gehen und dann wird es sicher auch kein Salz mehr rum haben. Und wenn man gleich mal im Regen und geht fahren, wird es sicher kein Salz mehr haben. Aber ich sage jetzt mal, wenn sie noch Salz sind, dann ist es sicher auch zu kalt für auf den Dörf zu steigen.